Bhagavad Gita, Vers 2.59 Die verkörperte Seele kann zwar von Sinnenfreuden zurückgehalten werden, doch der Geschmack für die Sinnesobjekte bleibt. Wenn sie jedoch solche Neigungen aufgibt, da sie einen höheren Geschmack erfährt, ist sie im transzentralen Bewusstsein gefestigt. Erklärung Solange man nicht in der Transzendenz verankert ist, ist es nicht möglich, vom Sinnesgenuss abzulassen. Der Vorgang, durch den man durch Regeln und Regulierungen den Genuss des Sinne einschränken kann, wird mit einem Heilverfahren verglichen, bei dem einem Kranken bestimmte Speisen verboten werden. Der Patient jedoch liebt solche Einschränkungen nicht, noch verliert er seinen Geschmack für diese Speisen. In ähnlicher Weise wird für die weniger intelligenten Menschen, die über kein besseres Wissen verfügen, Sinnes Einschränkungen durch einen spirituellen Vorgang wie Astanga-Yoga empfohlen. Astanga-Yoga beinhaltet Wer aber durch seinen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein die Schönheit des höchsten Herrn Shri Krishna erfahren hat, verliert den Geschmack an toten materiellen Dingen. Daher sind diese Einschränkungen für die weniger intelligenten Neulinge im spirituellen Leben gedacht. Doch sind solche Vorschriften nur dann vorteilhaft, wenn man ein wirkliches Interesse am Krishna-Bewusstsein hat? Wenn man tatsächlich Krishna-bewusst ist, verliert man von allein den Geschmack an faden Dingen.